Wenn man die Namen der zwölf Apostel Jesu in alphabetischer Reihenfolge aufzählen will, dann heißt das so. Ich habe jetzt die Namen abgekürzt und daraus ein Lied gemacht, damit man es sich besser merken kann. Das geht dann so. Anbad, jak, jak, jo, 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 folgten Jesus, sie gehören dazu. Matfil, sim, sim, betto, die Apostel hießen so. Anbad, jak, jak, jo, 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 folgten Jesus, sie gehören dazu. Matfil, sim, sim, betto, die Apostel hießen so. Anbad, jak, jak, jo, 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 folgten Jesus, sie gehören dazu. Matfil, sim, sim, betto, die Apostel hießen so. Anbad, jak, jak, jo, 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 folgten Jesus, sie gehören dazu. Matfil, sim, sim, betto, die Apostel hießen so. Vielleicht kannst du es ja noch schneller singen. Wichtig ist aber, dass du von den Abkürzungen dann auch die Namen weißt, wenn du dir die Abkürzungen gemerkt hast. An, Andreas, Bart, Bartholomeus, Jak, Jakobus, davon gab es zwei, Ju, Johannes, Ju, Judas, Iscariot, Judas, Tateus. Dann gab es noch Matthäus, Philippus, Simon, Simpet, Simon, Petrus und Thomas. Genau, jetzt können wir es nochmal singen. An, Bart, Jak, Jak, Jo, 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 folgt denn Jesus, sie gehören dazu. Matthäus, Simpet, To, die Apostel hießen so, an, Bart, Jak, Jak, Jo, 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 folgt denn Jesus, sie gehören dazu. Matthäus, Simpet, To, die Apostel hießen so, an, Bart, Jak, Jak, Jo, 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 folgt denn Jesus, sie gehören dazu. Matthäus, Simpet, To, die Apostel hießen so, an, Bart, Jak, Jak, Jo, 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 folgt denn Jesus, sie gehören dazu. Matthäus, Simpet, To, die Apostel hießen so, an, Bart, Jak, Jak, Jo, 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 folgt denn Jesus, sie gehören dazu. Vielleicht kannst du es jetzt schon auswendig. Wenn du glaubst, dass du den Namen der Apostel jetzt kennst, dann geh ins Internet unter dieser Adresse und versuch die Rätsel dazu zu lösen. Viel Spaß dabei!